Hi Pyros und herzlich willkommen zu diesem Artikeltest. Ja und heute testen wir mal die Lilliput Raketen von Funke. Ja, in so einer Packung sind zehn Raketen in vier unterschiedlichen Varianten drin. Die Gesamt-NEM beträgt 80 Gramm. Pro Rakete haben wir eine NEM von 8 Gramm. Gekauft habe ich die Raketen für 7,99 Euro bei der Feuerwerksvitrine. Ja und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit dem Test. Danach kommt noch mein Fazit. Viel Spaß. Funke Lilliput Brokat Funke Lilliput Weißblinker Funke Lilliput Silbercracker Funke Lilliput in Blau Schönes Blau Ja kommen wir zum Fazit. Meiner Meinung nach sind die Lilliput Raketen von Funke auf jeden Fall schöne kleine Raketen. Den Silberschweifaufstieg fand ich echt nice. Die einzelnen Effekte haben mir auch gefallen. Ja und auch die Zerleger fand ich vollkommen in Ordnung. Ich denke das klein aber feines hier sehr gut trifft. Für 8 Gramm NEM pro Stück sind die Raketen schon sehr gut, aber man sollte natürlich nicht zu viel erwarten. Alles in allem echt gute kleine Raketen mit schönen Effekten haben mir gefallen. Funke Lilliput Funke Lilliput Vielen Dank.